Seit Jahrhunderten hatte kein Mensch mehr die Macht, ein Monster zu werden. Bis jetzt! Aber ist das auch sicher? Finden wir's doch raus. Ist alles okay hier unten? Hey, Draco, was geht's? Ups. Wieso hast du? Ich hab Van Helsings Monsterstrahl benutzt. Du bist ein Mensch? Paps? Oh nein! Ich habe die totale Papa-Plauze! Ähm, was geht hier eigentlich vor? Was geht ab? Was zum? Oh, ich krieg was Glatze! Und wer sind diese Leute? Ich bin's, Uncle Griffin. Erkennst du mich nicht? Ich hab dich ja buchstäblich vorher noch nie gesehen. Es gibt einen Ort tief im Amazonas. Nur dort kann die Verwandlung rückgängig gemacht werden. Keine Zeit zu verlieren! Immer noch Mensch. Wenn wir euch nicht bald wieder hinkriegen, werdet ihr für immer so bleiben. Ein Mensch zu sein, ist das Schlimmste. Killermücke! Ich hab sie! Johnny! Hotel Transylvanien. Eine Monsterverwandlung. Ey, hat das Spaß gemacht! Ab 14. Januar. Nur auf Prime Video.